Also warum ist diese Frage wichtig? Täglich sterben etwa 150.000 Menschen, du wirst ihnen folgen. Bist du danach für alle Ewigkeit tot? Was passiert in dieser Ewigkeit? Jede Behauptung braucht einen Beweis. Für 1 plus 1 kennen wir nur ein einziges Ergebnis, 2. Für das nach dem Tod mit uns passiert, gilt das Gleiche. Es kann nur eine einzige universelle Wahrheit geben. Stell dir vor, du legst dich in dein Bett, morgens wachst du auf und spürst, du bist in einem fahrenden Zug. Du sitzt in der ersten Klasse mit schöner Aussicht und leckerem Essen. Aber kannst du diesen Luxus genießen? Nein. Nicht bevor du weißt, warum bin ich hier, wer hat mich hier reingesetzt, wohin fährt dieser Zug? In diesem Zug sitzen wir alle. Er heißt Leben. Würden wir ein Pferd betäuben, in den Zug setzen und fressen hinstellen, würde es aufwachen und zufrieden sein. Doch du als Mensch, der einen Verstand besitzt, hat diese drei Fragen in dir verankert. Warum lebe ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich nach dem Tod? Nun, erhältst du rational prüfbare Beweise, dass es nach deinem Tod weitergeht und nicht das ewige Nichts auf dich wartet. Jetzt kommt Koranvers, also ungefähr Übersetzung. Glaubt ihr denn, dass wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr nicht zu uns zurückgebracht würdet? So 23 Vers 115. Doch Gott existiert. Die Wissenschaft beweist, das Universum hatte einen Anfang. Ja, hier sieht man das dann hier. Seht ihr da? So schön gemacht mit dem Design. Das Universum hatte einen Anfang. Wir haben vier Optionen für diese Entstehung des Universums. Erstens, es entstand aus dem Nichts. Wenn ich dir ein bisschen Nichts gebe, hast du nicht etwas. Das heißt, das ist die Widerlegung davon. Das heißt, aus Nichts kommt nichts. Zweitens, es erschuf sich selbst. Auch das ist nicht möglich. Das Universum müsste existieren und gleichzeitig nicht existieren. Kann sich eine Mutter selbst zur Welt bringen? Drittens, es hat einen Erschaffer, der auch einen Erschaffer hat. Auch dies ist nicht möglich. Wer erschuf dann den Erschaffer vom Erschaffer? Wir können unendlich weiterfragen, kämen nie im Hier und Jetzt an. Viertens, es hat einen Erschaffer, der selbst nicht erschaffen wurde. Das heißt, ohne Anfang und Ende. Dies ist die einzige logische Option, damit wir im Hier und Jetzt ankommen. Und jetzt wird wieder ein Koran festzitiert. Oder sind sie durch Nichts erschaffen worden? Oder sind sie gar selbst die Schöpfer? So in 52 Vers 35, so tut er. Fragst du dich, wie Gott unerschaffen sein kann? Stell dir vor, ein Erfinder baut eine Maschine. Ist diese Erfindung an die Gesetze seiner Maschine gebunden? Nein. Und selbiges gilt für Gott. Er wirkt außerhalb von Raum und Zeit und ist davon unabhängig. Schauen wir auf den Urknall. Eine unkontrollierte Explosion bringt niemals Ordnung. Explosiert eine Granat, explodiert eine Granat im Wohnzimmer. Finden wir daran Ordnung vor? Niemals. Wer also hat das Universum geordnet? Unser perfektes Universum beweist, es hat jemanden erschaffen, der allwissend, allmächtig und allumfassend sein muss. Er kann kein menschenähnliches Wesen sein. Jetzt kommt die nächste Frage auf der nächsten Seite. Seht ihr dann wieder? Schön mit diesem Design. Wie erkenne ich die Wahrheit? Können wir uns selbst vorstellen, wer Gott ist? Stell dir vor, du sitzt mit deiner Familie zu Hause, es klopft an der Tür. Du glaubst, es könnte dein Vater sein. Jemand anders glaubt, es könnte dein Nachbar sein. Doch nur derjenige, der hinter der Tür steht, kann sagen, wer er ist. Genauso muss Gott von sich aus offenbaren, wer er ist und was er möchte. Deshalb benötigen wir seine Botschaft. Auch, damit wir einen objektiven Maßstab haben, was moralisch richtig und falsch ist. Wir wissen, dass es viele verschiedene Religionen gibt. Betrachten wir diese genau, fallen uns zwei Dinge auf. Jede Religion beansprucht für sich die Richtige zu sein. Jede Religion unterscheidet sich von all den anderen, sodass nicht alle richtig sein können. Jetzt kommt die nächste Frage. Welche Bedingungen muss demnach die einzig wahre Religion erfüllen? Erstens. Sie muss jedem Menschen zu jeder Zeit an jedem Ort eine Möglichkeit offen halten, den Sinn seiner Existenz zu erfüllen. Die wahre universelle Religion kann nicht an Menschen oder Völker gebunden sein. Die Hingabe an den Willen Gottes heißt übersetzt Islam. Sogar Menschen, die noch nie vom Islam hörten, können das Paradies erhalten, sofern sie an Gott einzig und allein glaubten. Ausnahmslos. Alle Propheten überbrachten den Menschen die Botschaft. Bete Gott alleinig an und erlass es, die Schöpfung anzubeten. Seien es Götzen, Menschen, Geld oder Ideologien. Zweitens. Sie muss, also diese Religion und welche Bedingungen die haben muss, sie muss auf unverfälschten Quellen basieren. Menschen verfälschen die früheren Schriften Gottes für eigene Interessen, Widersprüche und Fehllehren entstanden. Zum Beispiel behaupten Christen, Jesus sei Gott. Allerdings war Jesus müde, hatte Hunger und bete sie selbst zu Gott mit dem Gesicht zu Boden. Er trug einen Baden und seine Mutter Maria bedeckte ihre Reize. Er war Muslim, übersetzt Gottergebener. Andere beten Buddha an, aber weder Jesus noch Buddha beanspruchten für sich die Göttlichkeit. Und sie haben auch nicht das Recht, angebetet zu werden. Gott schickte den letzten Propheten Mohammed, um die Urreligion aller Propheten in vollenderter Form wiederherzustellen. Der Koran bleibt für immer unverfälscht. Darin sagt Gott, so 15 Vers 9, gewiss, wir sind es, die wir die Ermahnung offenbart haben. Und wir werden wahrliche Hüter sein. Seit über 1400 Jahren überliefern Menschen den Koran mündlich und schriftlich. Nach Schätzung beherrschen über 100 Millionen Muslime auswendig. Niemand schafft es je, einen einzigen Vokal zu verfälschen. Manuskripte aus der Zeit des Propheten stimmen mit dem heutigen Koran komplett überein. Jetzt, der Koran kommt von Gott, überprüfe es selbst. Jesus halte krank und Moses teilt das mehr, doch diese Wunder können wir heute nicht mehr nachweisen. Der Koran dagegen ist ein bleibendes Wunder. Er enthält prüfbare Weise für seinen göttlichen Ursprung. Viele entdeckten wir erst durch moderne Technik. Schon vor 1400 Jahren sagte der Koran, dass die Erde kugelförmig ist, Suche 39, Vers 5. Die Erde sieben Schichten hat, Suche 65, Vers 12. Der tiefste Punkt der Erde am Toten Meer ist, Suche 30, Vers 3. Berge, Befehle in der Erde stecken, um die Erdplatten zu festziehen, Suche 31, Vers 10. Sonne und Mond sich in einer Umlaufbahn bewegen, Suche 36, Vers 40. Eisen ursprünglich aus dem Weltall kommt, Suche 57, Vers 25. Das Universum sich ausdehnt, Suche 51, Vers 47. Das Universum Ursprung einer zusammenhängenden Masse war, Suche 31, Vers 30. Alles lebendige aus Wasser besteht, Suche 31, Vers 30. Der vordere Gehirnteil aktiv am Lügen beteiligt, Suche 96, Vers 16. Sich der Embry und Stufen entwickeln, die der Koran genau beschreibt, Suche 23, Vers 14. Woher sollte ein Analphabet, der vor 1400 Jahren in der Wüste lebt und nie eine Schule besucht hat, diese Dinge wissen? Diese Wunder waren leicht verständlich. Noch gewaltigere Wunder, die jeglichen Zweifel am Koran auslöschen, kannst du prüfen unter www.wasdanach.de. Eine Botschaft an dich. Mohammed war der, ja, und dann seht ihr das wieder mit dieser Brücke hier, das schöne Design, absolut super. Und überleg mal, so ein Koran zu drucken mit 600 Seiten ist ja viel kostenaufwendiger, als so eine kleine Broschüre zu drucken. Das heißt, wir können, oder was heißt wir? Ihr könnt dafür sorgen, dass in kurzer Zeit diese Broschüre in ganz Deutschland verbreitet wurden, auch Muslime, gefestigt werden. Mohammed war der letzte, eine Botschaft an dich, Mohammed war der letzte aller Propheten, Gott sandte ihn zur gesamten Menschheit, auch zu dir. Vergiss da nicht, bevor du stirbst, folgenden Satz zu sagen. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer der allmächtige Gott, und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Dies ist deine einzige Rettung von der ewigen Hölle und der Schlüssel zum Paradies im Jenseit. Hat diese Broschüre in dir ein Gefühl des Staunens über Gott erweckt, oder dich sogar verwirrt? Bitte Gott aus der Tiefe deines Herzens darum, dich zum richtigen Weg zu führen. Du wirst Frieden im Herzen erhalten und ein glückseliges Leben führen, in diesem und im nächsten Leben. O Herr, zeige mir die Wahrheit, und jetzt gibt es Wittgebete, die hier beigebracht werden. O Herr, zeige mir die Wahrheit als wahr und hilf mir, sie zu befolgen. Zeige mir das Falsche als falsch und hilf mir, davon Abstand zu nehmen. Dann noch ein Hadith des Propheten. Wer sich nicht den Kleinen erbarmt, den Alten keine Achtung schenkt, zum Gut nicht aufhören, und nicht das Schlechte verwehrt, gehört nicht zu uns. Nächster Hadith. Wer sich satt isst, während sein Nachbar hungrig ist, ist kein wahrer Gläubiger. Gebt dem Arbeiter seinen Belohnen, bevor sein Schweiß getrocknet ist. Das sind alles so Hadithe, extra schöne Hadithe, um die Menschen anzusprechen, neugierig zu machen. Das Spenden verringert das Vermögen nicht. Dann, wer an Gott und den jüngsten Tag glaubt, soll Gutes sprechen oder schweigen. Jetzt, Abschluss. Mach dir ein eigenes Bild. Der Islam ist die schnellst wachsende Religion weltweit. In unserer Gesellschaft besteht ein verzerrtes Bild dieser Religion, sei es aufgrund von Unwissenheit oder Hetze in den Medien. Misst den Islam an dem, wozu er aufruft, nicht am Fehlverhalten einiger Muslime. Mach dir ein eigenes Bild, denn es geht um deine Ewigkeit. Jetzt kommen wieder einige Vers aus dem Koran. Wer aber als Religion etwas anderes als den Islam, die Unterwerfung unter dem Willen Gottes entlang begehrt, so wird es von ihm niemals angenommen und im Jenseits wird er zur Verlierung gehören. Suche 3, Vers 87. Und nächster Vers. Wir haben den Himmel und die Erde und das, was dazwischen nicht umsonst erschaffen. Das ist die Meinung derjenigen, die ungläubig sind. Doch wehe denen, die ungläubig sind vor dem Höllenfeuer. Suche 38, Vers 27. Oder sollen wir etwa diejenigen, die gelaufen und rechtschaffene Werke tun, den Unheilstiftern auf der Erde gleichstellen? Oder die gottesfürchtigen, den Lasthaften? Suche 38, Vers 28. Dann, ist denn jemand, dessen Brust für den Islam auftut, so, dass er sich nach einem Licht von seinem Herrn richtet, einem beharrlichen Ungläubigen gleich, so wehe denen, deren Herzen gegen Allahs Ermahnung verhärtet sind? Sie befinden sich in deutlichem Irrtum. So 9, Vers 22. Themen wie, jetzt wird weiter sozusagen schmackhaft gemacht, wie, warum lässt Gott Leid zu, warum wird der Islam bekämpft, fördert der Islam Terrorismus, Rolle der Frau im Islam, findest du auf www.was-danach.de. Herausgeber Copyright, das wurde darüber, deutschsprachige muslimische Gemeinschaft e.V., Hamburger Straße 283, 38114 Braunschweig, web www.dmg-bs.de, Telefon 0176-666-926213, Mail, kontakt at dmg-bs.de. Ich bin stolz auf diese Brüder, möge Allah die segnen und möge Allah diesem Projekt Erfolg geben, möge Allah durch dieses Projekt Millionen von Nicht-Muslimen in Deutschland zum Islam führen und hunderttausende von Muslimen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, den Iman stärken. Das ist meine Botschaft. Verbreitet dieses Video, macht Werbung dafür, hier, überall auf euren Seiten, Instagram, Facebook, TikTok, was weiß ich. Ich wünsche euch was. Assalamualaikum.